wo hast du deine tentakel ausgepackt da siehst du sie nicht die greifen angreift aus der luft nein ich sehe nur diese komischen du hast mich getroffen ihr habt alle genau gesehen und damit hallo und herzlich willkommen zum hinterhältigen angriff des episode 1 lp auch genannt zackboy epic adventure ja ich wollte dich gerade schlagen du gleich noch verrunster hintern eines affen du ich will jetzt den anderen wieder nehmen ja ich auch ich bin ganz brav nein die ist schrecklich die ist ich nehme den bei drei drücken wir beide drauf drei völlig banane ich bin captain amerika nee du hast kein captain amerika die captain sackboy bin ich was ist das denn das sieht mir schon wieder so spezial aus nach die dinger geblickt noch diese viel wer wollte dieses spiel noch mal spielen ich wusste dass ich das niemals spielen wollte dass sie das hassen würde dann bist du dann für blödes dreck wie ja ich kann aber nicht vorbei wenn du der box was auf das geht immer weiter vergessen ich kann ja und nicht mehr du kommst dann ich komme da nicht hoch so kommt es dann ich kann nicht das bleibt stehen das bleibt nicht stehen eigentlich bleibt nicht sagt dann in das noch nein ich komme auch wegen diesen scheiß wie was ich mir in den weg gestellt hat komme ich da nicht immerhin immerhin ich wollte äff dich eigentlich ganz ehrlich nein wieso kann der nicht rollen wenn der springen nein du bist auch tot weil ich das ich habe nicht gerafft dass das ein tunnel da oben ist ernsthaft du hast noch nie mini golf gespielt oder doch ich hab's da hinterher gesehen ich hau dich banane gleich wieso krieg ich nichts damit ich da hoch kann das ist doch scheiße man du musst diese dinger da oben holen dieses honig dieses honig da ist aber kein honig dieses honig war auf der anderen seite dieses honig ist mir egal weil dieses honig habe ich nicht ne 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 Weil du eine blöde Banane bist, wortest du sein? Da oben ist Honig, jetzt hol dir den. Und dann, du können die hochknallen gehen. Die hochknallen gehen? Ich bin oben auf der Seite, du musst die andere Seite machen. Jetzt geh doch rein, Mann. Alles Aua. Ich seh mich nicht mehr. Ich kann das nicht sehen. Das Ding geht nicht hier. Hallo? Du sollst mich nicht die ganze Zeit kaputt machen. Oh, da geh ich kaputt, wenn ich daran gehe. Aua! Blöder Penner. Das war die fliegende Banane. Paul, die fliegende Banane. Wir haben keine Sonderdinger. Oh, oh. Der Bananenbandit und ich bin eine Banane. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Siehst du, der will nur auf mich. Paul, du blöder Affe von Banane. Blöder Affe von Banane. Nun, hau den doch mal. Kann ich nicht, weil der immer wieder auf mich losgeht. Der ging auch mal. Na, einer muss hauen und einer muss ihn ablenken. Der ist nur auf die Bananen scharf. Also, hau du ihn. Achtung, er kommt wieder. Oh. Aua. Aua. Ich bin schon wieder tot. Nein, du musst ihn doch auch hauen, sonst wird das nichts. Nein, du kommst immer wieder. Jetzt ist er auf dich scharf. Oh, scheiße. Oh. Entschuldigung. Nein, nein. Der war so weit runter. Achso, der ist doch nicht wirklich tot. Doch, wir sind tot. Also, wir waren tot, aber... Ja, aber wir würden wieder weg können. Oh, ich bin gleich richtig tot. Ich bin weiß. Ich bin eine weiße Banane. Mach weiter. Ja, Schatz. Hab ihn. Ich hab ihn so in die Scheiße gehauen. Du hast ihm die Banane in den... Nein, das sage ich mal nicht. Ja, und extra geht er da hin und macht da, ne? Ich bin Captain. Checkboy. Nein, ich will das hören. Ja, genau das. Ja. Ich bin die verrückte Banane. Banane. Nein, 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 nein. Bist du nicht. Doch, bin ich. Ich kann fliegen. Oh, was war das? Na, guck mal. Ich hab hinten... Ja, du hast voll den Schlag abbekommen. Ha, ha, ha. Hast du gehört? Ha, ha. Das war meine Banane. Du kannst mich mal. Alles Banane. Boah. So, ist jetzt die Frage. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Ich denke mal, das Partnerschaftslevel wird auch freigeschaltet. Ja, das machen wir jetzt erstmal. Oh, oh. Heißt das, wir müssen danach schwimmen? Mit Partnerschaft. Ja, dann müssen wir schwimmen. Warte, wir können unten die Dinger noch nehmen, bevor wir da... Bei drei bestätigen wir beide. Okay. Drei. Hallo, kleines Rotkäppchen. Ich bin dein süßer Roboter. Ich will Hänsel. Ach nee, das war ja was anderes. Rotkäppchen ist alleine gewesen, glaub ich, ne? Hänsel und Gretel war das ja nicht. Reitschaftsfilm. Oje. Oje. Hänselft. Ich bin ein Roboter und kann leider nicht schnell laufen. Ich kann auch nicht springen oder sonst irgendwas Produktives machen. Werf mal das geile Rotkäppchen. Ich kann nur das Rotkäppchen auf den Arm nehmen und es trösten. Ich kann es bei der eins reinwerfen. Da reinwerfen. Der hat aber gelacht. Oh, ho, 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 hat er gemacht. Hier. Nein. Nimm den. Der ist aber ganz schön fettig. Ich kann auch das fett... Oh, ich konnte springen damit. Hast du es gesehen? Ja. Aua. Wieso stößt du mich weg? Weil du das nicht verdient hast. So, den müssen... Du musst... Nein, warte, 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 warte. Nein, wir wissen, was wir machen müssen. Wir sind nur zu doof dazu. Wir sind nur zu doof dazu. Das weißt du doch. Aua. Du musst empfangen. Nicht selber Ping-Pong damit spielen. Mann. Ja. Hu, hu, hu. Warte, ich muss dir den, glaub ich, rüberwerfen. Ich kann damit... Nee, ich kann nicht springen. Nein! Du hast ihn getötet. Dein Ernst jetzt. Du sollst den fangen. Du hast ihn aber getötet. Ey, das ist nicht dein Ernst jetzt. Warte, ey, du kannst es einfach nicht runter. Ich sag extra noch zu dir, ich werf dir den rüber und was machst du? Du lässt den fallen. Ich mach das jetzt mal. Hey, nein! Ich hab den nur losgelassen. Ich hab ihn nicht geworfen. So, nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Ja, wenn du es nicht hinkriegst... Musst du den wirklich halten oder musst du nur dazwischen springen? Auch halten wahrscheinlich, ne? Ja. Nee, nur dazwischen springen. Kannst du nicht mit dem springen. Nein! Ey, ich hab doch die ganze Zeit halten gedrückt. Was soll das? Ach man, jetzt kannst du das machen. Abgesehen davon, dass du natürlich Meter weit daneben getroffen hast. Hallo, falsche Taste? Wieso muss ich das wieder machen? Jetzt aber diesmal auf mich und nicht Meter weit daneben. Mach das schon wieder daneben. Ich kann den nicht packen. Wieso kann ich den nicht packen? Ja, weil du es nicht kannst. Ach so, warte mal. Der muss... Warte mal. Ich werfe den da hinten an den Rand jetzt hin. Auf der anderen Seite. Und du stellst dich an die Ecke, genau. Warte. Ja, warte. Wirst du mich jetzt veräppeln, ne? Mhm. Pass auf, ich gehe jetzt hier an den Rand. Da hin und werfe den da hinten hin. Nein! Jetzt bringt der ihn sogar noch in der ersten Hälfte um. Sag mal, das ist doch pure Absicht, was du hier machst die letzten Male. Gib's doch einfach wenigstens zu. Was macht das wohl Käppchen? Ich kann dir auf deinen Kopf springen, scheiße. Wohl dem bösen Wolf. Er kann das weg machen. Ich stehe zu weit außen, glaube ich. Hallo. Hä? Wieso schwirbt das durch mich durch? Guck. Du musst das schon fangen dann, ne? Nicht nur abwecken. Oh, endlich. Wie oft habe ich da jetzt draufgedrückt auf das Fangen? Warte mal, ich muss das mal gerade nochmal testen. Ja, aber nicht hier an der Kante. Springen kannst du nicht, aber der wirft sehr weit. Das ist das Problem. Nein! Nein! Aua! Du jetzt... Er... Jetzt... Er ist jetzt alles auf, ganz ehrlich. Er springt selber in den Tod. Ich werde fast runtergepoltert, weil das Ding gegen mich gefallen ist. Das fliegt selber auch runter. Sag mal, du sitzt mich doch irgendwie hier... Ich weiß, warum hier so ein Checkpoint ist. Also... Jetzt wirfst du das nochmal. Ich... Ich mach das jetzt nicht. Ey, jedes Mal gehe ich auf Fangenkaste, aber jedes... Doch, jetzt mach das. Jetzt wirfst du den nochmal. Warte mal. Ich kann den wieder nicht nehmen jetzt. Wolltest du das so machen? Ja, ich kann den nicht... Boah, den kann man wirklich nicht nehmen. Nein! Nein, 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 nein! Oh! Tschüss! Äh... Du, geh mal ne Runde weiter. Geh mal ne Runde weiter, da ist ne Plattform. Aua! Blende mich doch nicht so. Oh! Ich gebe zu, ich wollte dich selber runterwerfen, aber so war's besser. Ich dachte nicht, ich wär du. Ja, das hab ich gesehen. Aber... Nee, du musst erst mal einen dranwerfen. Warte mal. Du kannst eh nicht werfen. Oh! Ja, du kannst nicht werfen! Guck mal, wie gerade ich hier am Zielen bin. Und dann kommst du da links aus? Hallo? Nee, aber... Lass mich mal richtig. Ja, aber wenn du da hängst, was bringt mir das? Dann geht das ja nicht. Ja, das geht so. Wieso springst du nicht? Ah, nee, warte mal. Ja, weil es doch nicht reicht bis dahin. Komm, hol den mal zurück. Nee, hol den mal hier hin. Da kann man sich draufsetzen. Ich komm mit dem nicht hoch. Aua! Uh! Boah, ernsthaft? Ja. Kommst du jetzt runter? Du sollst hier nicht... Oh, was machst du denn? Ja, ich komm da nicht hoch, Mann. Warte mal, ich springe auch nicht drauf. Ja! 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 Achso, die müssen mal einzeln machen. Oh Gott! Dann machen wir das doch so. Dann mag ich es gehen. Jetzt du auf meinen Kopf. Schnell! Was ist das? Mach'n Doppelsprung! Ich kann nicht hoch! Ich kann nicht hoch! Oder musst du auch springen? Warte mal. Nein, mach du mal bitte! Mach doch doch mal bitte! Ich komm nicht hoch! Ich komm nicht dran! Ich muss auspringen! Ich kann nicht mehr, ich muss lachen! Ich muss auspringen! Ich muss auspringen! Ja, weil ich das so viel einfacher habe! Ja, weil ich das gemacht habe! Ich weiß! Nein, da oben ist doch was! Warte mal, ich muss nicht da noch hinwerfen! Ja, aber nee, da kannst du mich nicht hinwerfen! Ah! Hilfe! Achtung! Mama! Hä? Das war ein Wurf, was? Kannst mich doch mal kreuzweisen! Oh, wie würdest du den jetzt da hochkriegen? Nee, schmeiß mich erst mal hoch eben! Aber pass auf, dass du... Genau! Ja, mit mir, aber nicht mit dem! Das ist ja das Problem! Okay! Warte! Hallo? Der Fette ist im Weg! Der Fette ist im Weg! Hallo? Herr Knubbel! Warte, hier sind doppelte Punkte! Ja, aber hier ist einer, der uns angreift! Hallo? Scheißegal, die Hilfe! Ich werfe den Punkt auf ihn! Kannst du mal aufhören, mich hier zu endpunkt... Hey! Hallo, was machst du? Geh von meiner Kugel runter! Da oben ist was zum Bewerben! Oh, nein, komm her! Nein, bleib schon mal stehen! Nein! Doch! Oh ja, nochmal! Da oben! Ah, so, da! Den habe ich nicht gesehen! Ja, komm her! Doch, ich werfe dich! Boah, du Arsch! Aber nicht noch da! Boah, jetzt bleib doch mal stehen, dass ich dich nehmen kann! Aua! Nein! Das hört sich jetzt irgendwie seltsam an! So, bitteschön! Jetzt nimm das Viehstein! Ich habe keine Lust, meinen Rücken auszurenken! Du musst ja immer alles alleine machen hier! Alles muss ich machen! So, jetzt mach den da rein! Guck mal, ich muss den Epi... Du musst jetzt nicht... Ich habe mir trotzdem gezählt! Ist das dein Ernst? Warte mal, er war hier nicht irgendwo... Ja, doch, da war... Ja, genau. Geh von mir runter! Ja, genau! Ja, ich bin weg! Ich bin der... Du bist das rollende... Äh, Eischöntchen, würde ich gerade sagen! Ich bin der Jedi! Ich bin der rollende Roboter! Happy Roboter! Jetzt geht immer auf deine Seite! Oh! Oh, dieser Kerl! Hast du dich jetzt mal langsam alle eingesammelt? Guck mal her, hier! So, warte... Jetzt bleib doch mal stehen! Ja, aber du kriegst es ja nicht hinstehen zu bleiben! Das ist ja das... Muss der da runter oder muss der hoch? Ich bin, äh... Ich denke, so mal zu dir, oder? Aber wie kommst du denn da hoch? Ja... Das ist jetzt eine gute Frage! Achso! Achso! Ähm... Nein! Ich habe ihn runtergeworfen! Oh! Oh! Nee, 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 nee! Da hinten ist er noch! Nein! Du bist da oben! Ja, aber ich weiß nicht, was ich schalte hier! Nein, wir müssen zurück zu den anderen holen! Der andere ist... Geh nochmal zurück! Komm hier! Aber die Schalter... Achso! Die muss ich betätigen, während du den holst, oder wie? Na, warum muss ich den holen? Weil ich die Schalter mache! Du kannst mich mal... Aber warte mal, ich muss erst mal kurz testen! Oh, oh, oh! Da, achso, deswegen! Ja, schnell, schnell! Ja, wir müssen das anders machen! Ja, ja, die gehen auch rein! Siehste? Wir müssen das auf Zeiten! Ja, ich kann nicht rein, du musst mich erst wiederholen! Achso! Andere Seite, andere Seite, andere Seite! War hier nicht links auf, was? Wir schreiten jetzt hier so! Du! Warum hupst du, warum hupst du, wenn du da durchgehst? Und wie sind das deine Hupen? Nee, meinst du das, oder? Ja! Achso, wie gehe ich eigentlich immer mit runter? Ja, das verstehe ich auch nicht! Aber ich verstehe das da manchmal eh nicht! Du verstehst mich nie, deswegen sind wir ja zusammen! Bereit? Ja! Weiter! Schnell! Weiter! Oh, scheiße! Weiter, weiter, schnell! Nimm du das und mach das da rein! Dann bist du verantwortlich! Ja, ich bin verantwortlich, dass wir gewinnen! Ja! Wuhu! Nein, wir haben aber die Hälfte nicht gemacht! Wir haben... Du sagst immer, wir haben die Hälfte nicht gemacht! Und dann ist nichts, was wir nicht gemacht haben! Da ist eine Eichel! Zieh das mal da raus! Ich kann ihn nur in Kreis ziehen! Ich hab dem die Eichel auf den Kopf gehauen! Komm schnell runter, sonst ist die Eichel gleich weg! Aber irgendwas ist da doch nicht... Irgendwie geht das nicht! Bleib jetzt hier, da kann er mich nicht treffen! Da oben ist das bei ihm! Ja, wie krieg ich... Warte! Genau, mach den erstmal kaputt! Warte! Nein, bleib oben! Nein, wir müssen noch... Achso, du hast die Eichel! Ja, immer noch! Aber du hast die auf dem Kopf! Nein, ich hab die nicht auf dem Kopf! Ich halte die so mit so einer extremen Nackenstarre! Guck ich nach oben! Weil ich hier seit einer Stunde warte, dass du endlich mal... Ja, das war ein guter Wurf! Okay! Der war gut! Ja! Warum soll ich die jetzt da oben empfangen? Mach mal die Tür auf, endlich! Ja, nee, nee, aber anscheinend kannst du damit nichts machen! Doch, da muss doch was gehen! Du hast da doch eben irgendwas mitgemacht, da kam doch was raus, oder nicht? Ja, aber ich will mehr! Ja, kriegst du aber nicht! Ich bin Rotkäppchen, ich will immer alles! Das ist mir schon klar, deswegen stirbst du ja auch immer! Hallo, da hinten müssen wir hin! Werf mich mal da hin! Achso, ja, stimmt! Ich bin das leichte Rotkäppchen! Naja! Ja, danke! Jo, super! Haha! Wo kann ich dich denn wiederholen? Warte mal! Oh, nee, ne? Achso, ich dachte schon! Soll ich dich lieber werfen? Nein! Du musst nur richtig springen, das war dein Problem! Du hast mich überhaupt nicht geworfen! Du musst richtig springen! Ich springe immer richtig rum! Ja, lauf! Ja, komm! Nein! Doch! Einer muss aber runtergehen, der andere nach oben, oder nicht? Müssen wir hier nichts machen! Guck mal, da oben steht doch was drauf! Ja, das brauchen wir auch! Ja, siehste? Ich habe immer recht, aber das Problem ist, wir kriegen die Sache nicht, weil du mir nichts tuehörst! Wir werden, jetzt muss das einer mitnehmen! Geben den doch mal mit! Ich versuche, die Dinger zu kinken! Kommen die nochmal wieder? Ja, ich bleib schon mal hier und bleib mit dem mal hier drauf! Ich habe gesagt, bleib mit dem hier drauf! Da rein, da rein! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das hast du aber runtergestoßen! Nee! Ich habe hier gestanden! Nein, du hast das runtergestoßen! Doch, doch! Da gibt es ein Videobeweis! Ja, den kann ich dir auch gerne zeigen! Oh, das Ding jetzt wieder! Mein Gott, jetzt müssen wir diese gefährliche Runde wieder zurückleiten, weil der Epi nicht richtig das hinschießen kann! Gibt es dir das so? Ja, ne? Dann bleibe ich hier stehen, halte ich das schon mal runter! Warte! Nein, jetzt hast du den nicht wirklich da runtergestoßen! Ich muss den ja hochrollen, du kannst ja nicht springen mit dem! Nee, du musst einfach nur... Dann machen wir es! Ja, ne, nach geradeauskippen! Aua! Du kommst mir nicht hinterher! So! Ich halte den Weg frei! Ich bin als Rotkäferin! Ich habe keine Reifeisenbanken! Ich habe hier was... Ich habe mein Köpfchen dabei! Willst du da mal reingucken? Ich würde dich ja hauen, aber ich habe das Ding jetzt auf dem Kopf! Warte! Nicht mich hauen, sonst ist er weg! Nein, 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 nein! Bleib stehen! Bleib stehen! Der Epi kann das nicht, deswegen mache ich das jetzt! Ja, es kommt dafür, weil ich das nicht kann! Geh weg, ich bin als Rotkäppchen, du darfst nicht gehauen werden! Kannst fliegen! Ich will dich jaun, ich hauen! Ah! 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 Du Fies zum Rotkäppchen, willst du? Das werde ich mir merken! Ich hole den bösen Wolf! Guck mal, es ist kein perfektes Foto! Das ist kacke! Oh Mann! Und ich dachte, ich war die Banane! Wenn auch nicht in dieser Runde! Ja, ich kann mich wieder nicht bewegen! Sammel du die Sachen mal ein! Oh nein, jetzt sehen wir das dicke Album wieder! Ja, ein A für den Flammen, also der ein Feuerzeug hat und was anzündet! Wenn wir noch mal gucken, ob wir was kaufen können? Die TK ist da! Das war noch nicht schnell, oder? Bonus-Level, ne, Bonus-Level, warte mal eben, bevor wir da reingehen! Ja, aber auch schnell Level, also die schnellen Bonus-Level, oder? Ja, ja! Geh da rein! Ja, aber die müssen wir hauen! Ich wollte Y drücken, aber das ging nicht! Mach das jetzt mal ordentlich! Also, du irgendwas ordentlich machst! Drei, zwei, eineinhalb! Eins, los! Hol dir mich verarschen! Wir müssen das systematisch machen, sonst sind wir beide tot, so wie jetzt! Du bist flink wie ein Wiesel! Oder war's ein Ärmeline, ein Fretchen? Oder war's doch ein Marder? Die Zeit läuft ab! Oh, bitte, Beeilung! Oh! Oh, du meine Güte! Ich wollte grad sagen... Die Zeit ist um! Bitte, boom! Ja, wie immer hab ich gewonnen! Ja, wie immer! Das erste Mal! Ja, ja! Meinst du sonst die ganzen Level, wo du mich schlägst, damit ich dann gestunt bin? Oder wo drauf war das jetzt bezogen? Du willst doch hier nochmal kurz gucken? Ja, ob's was Neues zum Anziehen gibt! Hallo! Und willkommen bei SumSum! Der beste Hausfutter der gesamten Partner, der gesamten Partner ist hierher! Und du kannst nicht SumSum... Ich kann auch Captain Sackboy werden! Ich hab 600 dafür! Hab ich den Bergsteiger noch nicht gekauft? Nee! Dann mach ich Captain Sackboy! Ich hol mir den Bergsteiger! Ich bin Captain... Oh! Ich bin Captain Sackboy! Und als nächstes werde ich mir die Raupe holen! Oder auch nicht! Vielleicht werde ich auch den Bergsteiger oder das Jack oder den Festival-Demon holen! Das kommt drauf an! Ich hol mir den Bergsteiger! Der Auswahl der ganzen Fantasiesphäre und zufällig auch die... Tut mir leid, SumSum oder Samsung oder Samson oder... Ja, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab da... Ich will immer die blauen Dinger hier einsammeln! Ich hab das Orangekäppchen geschreddert! Entweder machst du jetzt einen Break oder du kommst jetzt mit! Mach einen Break, du Hirni! Ja, dann warte! Ja, ich mach wirklich einen Break! Ich bin so cool! Ich werd jetzt einen Roboter-Dance und einen Roboter-Break machen! So! Lass mich! Zum Abschluss hau ich dich in die Wand rein und ins Wasser rein und überhaupt... Ich kann dich gar nicht ins Wasser reinhauen, oder? Irgendwie ging's jetzt immer wieder zurück! Und wir schwören uns in der nächsten Folge, sind wir mal freundlicher zueinander! So! Never! Doch! Das macht mich sonst ganz traurig! Nee, ich kann das gar nicht mehr so gedrückt halten jetzt, ne? Nein! Komm jetzt! Jetzt kann ich auch nicht mehr zoomen! Wieso kann ich nicht mehr zoomen? Weil das hier nicht geht im Level! Ja, weil das nicht im Level ist! Auswahl! Na gut! Also, wir ver... Hallo? Haha! Siehst du, du kannst mich nicht töten! Wir verabschieden uns hiermit! Man sieht mal wieder den diabolischen Geisteszustand vom Epi! Und... Was machst du da? Ringelpieps mit anfassen, oder was? Ich bin Roboter! Ich spür nichts! Ja, das ist... Das passt zu dir! Das war böse! Das passt eher zu dir! So! Jetzt hab ich dich erwischt! So! Also! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Bis dann! Ciao! 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 Vielen Dank.